Hey Freunde, ich bin der René von Mikrofahrzeuge. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich teste heute mit euch zusammen das Saochi Antelope Pro Lasten E-Bike. Hat ein duales Akkusystem und mit diesen zwei Akkus eine Reichweite von bis zu 140 Kilometer. Insgesamt macht das Fahrrad echt was her, also qualitativ vom Aufbau. Alu-Rahmen, schöne Schweißnähte, wir haben hier eine sperrbare Federgabel, eine 7-Gang-Shimano-Schaltung, diese fetten Offroad-Tears hier. Das Bike gibt es im Moment im Angebot für 1600 Euro. Also da kann man absolut nichts sagen. Mir haben es in erster Linie für meine Lebensgefährtin hergetan, Silikonsattel haben wir auch, um den Kinderanhänger zu ziehen, weil das Bike einfach Power hat, dann ist es bequem, wenn man hier auch noch so ein Gashebel, der funktioniert allerdings nur zugelassen bis 6 kmh. Man könnte ihn im Untermenü freischalten, aber dann wäre es nicht mehr zugelassen. Und dieses Bike werden wir heute mit euch zusammen aufbauen. Ich teste es jetzt noch ein wenig. Viel Spaß beim Video.